Dort, was dann? Ich will nur sagen, dass das ein Frau, die sich bei allen Menschen stellt. Aber, so unter viel, es hat ja noch kein Mensch zurückgekommen. Wer weiß da ganz sicher, was nun dort ist? Es kann ja auch alles rübersehen. Wo sollen dann alle die sein, die schon gestorben sind? Ist nun dort wirklich, nicht mehr? Es gibt ja auch keinen Menschen, den das mit absoluter Sicherheit beweisen könnte. Auch in Zweifel geht es dafür, die Frau werden, wenn das keine Stimme ist. Der Stiefstand für große Gotteslegner und Denker liegt schon selber in einem Schlosszeug. Dazu ein paar Beispiele. Der Voltaire sollte ganz nötig in Vergebung geschaut tun. Seine kranke Schwester sagt, für alle Geld an der Welt will ich kein Ungläufe mehr Stiefge sein. Denn David Hume, den hört sich an der Flamme gesehen als einer Verzweiflung, und die war wirklich schrecklich. Denn Sir Thomas Gott wird so gehen, bis zu diesem Ableck, wo ich gedacht habe, dass es wieder Gott nach dem Hell geht. Er lohnt sich, erfüllen, dass es beides geht, und ich sie nicht verdirbt. Dem gerechten Urteil, ausgeliefert vom Allmächtigen. Der Jogoda, der früheren Chef von der russischen Geheimpolizei, möchte das feststellen. Es muss Gott gehen, und er bestraft mich für meinen Sinnen. Für was ist das so, dass der Mensch, wenn er dem Stiefge geht, ob er ihm ganz ähnlich denkt? Das bleibt bestimmt dadurch, dass er dann unweichlich mal eine vierte Dimension zu tun kriegt, die jenseits von Zeit, Raum und Materielleit. Wir müssen so gehen, dass das gut nicht der Logik widerspricht und ein weiterer Existenz nach dem Tod zu leben. Die Gedanken fanden wir auch schon an den ganz primitiven Kulturen. Gott täuscht das Wanderfischel nicht, die an einem fremden Land flehen, das sie nie gesehen haben, aber instinktiv auf sich sehen. Gott wird auch eines nicht getäuscht, an dem hierneis der Gedanken und die Ewigkeit an das Herz gelöscht wird. An der Hinsicht lässt es alles am Stach, inklusive Wissenschaft, Philosophen und Denkern. Sie alle gut sind gefangen am dreidimensionalen Weltbild. Mit der Bibel gibt es den Zugang zur Lesung vom Tod und vom Lebensproblem. Vielleicht froh dir ich, ob er in der Bibel überhaupt leben kann. Das lässt sich aber nicht herausfinden, mit ein bisschen Ehrlichkeit. Schon bald 2000 Jahre bestätigen wir das Wohgericht von der Bibel. Vieles lässt sich direkt nur präfen. Es lohnt sich, ob hier Botschaft zu lauschen, speziell zum Thema von Tod. Am Ihop 21, Vers 23 steht, Ein Mensch stirbt nach voller Gestalt, oft nach frisch und gesund. Hier haben wir eine Ausspielung auf den physischen Tod, den schon jeder Mensch erlebt. Aber die Bibel spricht auch von einem anderen Tod. Am Lukas 15, Vers 24 lesen wir die Geschichte vom verlorenen Jean. Sein Papst sieht du, mein Jung war dort, aber in unserem Leben schien. Er hat nie aufgehalten zu existieren, aber für den Papst waren wir dort. Er riecht du wegen Heimkommens, du war für den Papst, in unserem Leben kommen. Dieser Begriff vom Tod hört derselbeste Sinn am Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1, durchsteht. Auch dir wart dort an ihre Sinnen, an die Vertredungen. Am Kolosserbrief lesen wir Kapitel 2, Vers 13. Der wart dort an ihre Sinnen. Des drei Platzen schwätzen nicht mehr über die körperlichen Tod, mehr über eine Trennung, die ähnliche Auswirkungen holt wie den Tod, nämlich ein Verstummen, ein Ophalen von aller Kommunikation. Der Jung, der von daheim fortgelaufen war, hat nicht mehr von sich her gelost. Hier wart dort für die Pap, an der Pap, der war dort für den Hirn. Genauso hält Gott all die für dort, die weit weg von ihm leben. Sie sind dort an ihre Sinnen, also getrennt von Gott. Gott kann nichts für sie machen, außer sie zu sichern, zerrufen und zu werden, bis sie zu ihm eremkehren. An Offenbarung 20, 14 fand ich mir eine dritte Meinung über den Tod. Das ist der Feiersee, den es den zweiten Tod bezeichnet. Nur der Bibel hat den echten Tod etwas Ahnichtes wie den zweiten, denen ewig leiden weit weg von Gott ist. So schwäzt also die Bibel von drei Arten von Tod. Erstens dem physischen, den den einfachen Ophalen von der irdischen Existenz ist. Zweitens dem geistlichen Tod, den den Zustand vom Leben an der Gottesphäre ist, an der von eurer Geburt. Und anschließend den dritten dem ewigen Tod, den all denen bestimmt das, die jetzt auflehnen, ihrem zurück zu Gott zu kommen. Überreicht stämmend mit der Genesis, und als echte älteren Adam und Neufer der physischen Tod für um Ungehorsam ging Gott nach nicht kann. Am zweiten Kapitel, am Vers 17, sieht Gott nämlich zu ihnen, den da, wo der vom Barm der Erkenntnis vom guten Abwesen ist, soll der stirben. Sie hoge es, aber sie sind nicht direkt gestürben. Mehr für Gott waren sie durch das Sinn vom Ungehorsam gestürben. Das ist aus der Gemeinschaft Mathiem heraus, also von Gott getrennt. Hier sind wahr, dass sie die Welle Gottes ignoriert tun, an die Sehnsucht zu gehen wie Gott. Das echte Sinn wird die ganze Menschheit auf der Weh vom Verdürfe bräuchte. Das Beste wird immer mehr zugeholt mit all seinen Auswirkungen auf moralischem und körperlichem Gebiet, bis das alles am Tod endet. Ach, Rima 5, 12, lesen wir, Die Bibel lehrt, dass die physischen Tod, Krankheit, Schwachheit und Leiden, Konsequenzen sind von der geistlichen Trennung von Gott, den die Quelle vom Leben und von allem Guten ist. Wenn es Trennung von Gott nicht mehr durch die physische Tod aufgehörte gibt, dann könnte man diesen Tod tatsächlich als eine Großbefreiung empfangen. Wenn das endet von allem wird, dann bräuchte mir kein Gericht, und auch kein Verdämmnis zu fertigen. Aber das ist nicht so. Die Bibel sieht in Hebräer 9, 27, es steht fest für den Menschen, einmal zu sterben, denn er hat Gericht. Ein Seel läuft weiter nun dort, weil sie unstierflich ist, er findet ihre endgültige Bestimmung entweder direkt bei Gott, oder sie wird bewahrt zum Gericht. Liebe nur, lauschtere, dass er Verantwortung an ihrem irdischen Leben zu entschädigen, wo die Ewigkeit zubringen will. Gott überleist ihr Stahl, zwischen dem Leben und dem Tod. Et Leben zu wählen, das heißt, Jesus Christus zu wählen. Hierin selber sieht, ich sehnte wie, et wo recht an's Leben, käkend zum Pap, wie lang durch mich. Für die, wo ich zu erfuhren, muss dir all Philosophie, all Logik übergehen, an einfaches Leben, was Jesus gesagt wird. Das, was hierin zu bieten hört, auch auf Wissen an Erkenntnis, übertritt alles, was menschlich Denkende riechen kann. Jesus als den Einzigen, den aus dem Tod oberstehners an Rimm kommers. Sein Leben als ewig, unvergänglich, an ihr schenktet sie der Ränge, den nicht unheilig will. Seid ihr darin interessiert? Will dir das leben, dass die Trennung zwischen Gott an ihr überbringt, an den Zweiten den ewigen Tod obhift? Der Weg dazu ist ganz einfach, aber du musst es wirklich wollen. Der Grund, für den Jesus gestorben ist, war für die von Gott verlangte Strophe, für ein Sinnen selber zu erleiden. Jesus hat keinen Sinn aus dem Leben gekannt. Weil hierin helllich er gerecht war, konnte hier noch ein vollkommen Seenaffen für alle Menschen gehen. Hierin wird Friede gemacht, durch sei Blut und Kreuz, zwischen Gott an Eis. Das Gott, das du geholt hast, beweist seine Oberstehung aus den Toden. Hierin lebt ewig als eisener Leser. Verzeihung von allen Schuld, an ewig leben, steht der Loh Giedrängen zur Verfügung, den du nur verlangt. Am Jesus hat durch ihn als der Weg zum Himmel frei, auch für dich, lebe nur lauschtere. Plot erquält dich doch nicht mehr lang, an eigener Aussträngung zu Gott zu kommen, durch Gutwirke, oder durch Reliefpflichterfüllungen. Er ist im Suss an der Stift dabei, auch nie gewisset von der Vergebung und der Friede vom ewigen Leben. Holt Jesus an am Glav. Ich garantiere euch, dir macht die größte Erfahrung von eurem Leben. Den ewigen Tod, tauscht er an, gend deyverschliven. Ere körperlichen Tod, geht dann zu einem Passage an die Realität vom Himmel, wo et da kelet, kengpeng, a kengtrenem eget. durch ein gichter Messer aufgebekommen. Ich brauche das, mit schwer dem Geist zum Schönen und Wohnen aus dem Land. Das ist die Möglichkeit, dass der Marschritte will sein. Du hast es mit dem Leuk,